Über diese Stöckchen, das sind Fallen, sollten wir nicht springen. Das heißt, wir sollten nicht jede Kleinigkeit kommentieren, sie twittern, sie berichten, sondern uns genau überlegen, was müssen wir tun, wo besteht eine Informationspflicht für tatsächlich einen öffentlich-rechtlichen Grundfunk, wo besteht ein Informationsbedürfnis für die Zuschauer. Nun, ob es sich bei den Enthüllungen rund um die ehemalige ARD-Chefin und noch RBB-Intendantin Patricia Schlesinger um kleine Twitter-Details handelt oder um wirklich wichtige Informationen, über die auch die öffentlich-rechtlichen Medien berichten könnten, das, meine Damen und Herren, überlasse ich heute dem Zuschauer zu entscheiden. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und normalerweise lade ich hier sonntags ja die ein oder andere Aktienanalyse hoch, aber es gibt ein Video, welches eigentlich schon lange hier auf dem Kanal überfällig ist und welches jetzt, nachdem sich die Ereignisse wirklich immer weiter überschlagen, einfach gemacht werden muss, nämlich eine kleine Abrechnung mit einerseits hier Patricia Schlesinger, aber auch den öffentlich-rechtlichen Medien im Allgemeinen und auch ein paar konstruktive Vorschläge, wie es in Zukunft hier besser laufen könnte von meiner Seite aus. Also, was ist eigentlich genau geschehen, fragst du dich? Und was ist eigentlich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Die kann man ganz einfach kurz zusammenfassen, nämlich die möglichst vielfältige und objektive Berichterstattung über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen. Wie objektiv dies in der Praxis aktuell gelingen kann? Nun ja, dazu genügt einfach ein Blick in die meisten öffentlich-rechtlichen Medien. Ich denke, jeder Zuschauer, der jeden Monat gezwungen wird, hierfür zu zahlen, kann sich davon ein ganz gutes Bild machen. Zumindest, wenn wir hier sehen, dass 92% aller öffentlich-rechtlicher Volontäre hier grün, rot, rot gewählt haben oder auch wählen würden, dann kann man sich ja schon einen ganz guten Eindruck machen, wie objektiv hier die Berichterstattung insgesamt funktioniert. Aber kommen wir jetzt zu einer wichtigen Personalie in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zwar keiner geringeren als der RBB-Intendantin, also quasi der Chefin und der sogar ehemals bis vor kurzem ARD-Chefin Patricia Schlesinger, die ihr auch im Intro bereits kennenlernen durftet, falls ihr sie noch nicht kanntet. Hier hat der Business Insider in den letzten Monaten einige spannende Details herausgefunden und die möchte ich unter anderem heute mit euch als erstes mal teilen. Patricia Schlesinger hat einen richtig schönen Dienstwagen, nämlich einen Audi in irgendwie schönem Mondscheinblau, der so an die 145.000 Euro Miete kostet. Den haben normalerweise halt so alle möglichen Regierungsvertreter und Minister und so weiter und sie hat ebenfalls hier den Regierungsrabatt von 70% enthalten. Das kam hier beim Business Insider in den Recherchen raus und das Interessante ist, mit dem Chauffeur dort hat sie nicht etwa nur ihre dienstlichen Fahrten gemacht, sondern auch private Fahrten wohl immer wieder auch mit Chauffeurdienst in Anspruch genommen. Also, liebe Gebührenzahler, wenn ihr wissen wollt, wie sinnvoll eure Beiträge hier eingesetzt werden, zumindest damit Patricia Schlesinger auch im Privaten schön umherkutschiert werden darf, dafür sind doch die Beiträge gerade noch gut genug. Und wenn ihr euch jetzt denkt, nun ja, gemütlich fahren, das ist doch nun mal das liebe Recht von jemand, der 300.000 Euro im Jahr verdient. Dann lasst mich euch noch dazu sagen, dass auch gewisse Geschäftsessen im Hause Schlesinger auch mit den Gebühren der Beitragszahler und Steuerzahler gezahlt worden sind und dass man vom RBB aus versucht hat, dann Catering Service im Nachgang, was die Rechnungen angeht, dahin zu bringen, diese zu ändern, damit ein wenig die Teilnehmerzahl an diesen Essen reduziert werden kann. Denn vielleicht, so munkelt man, handelt es sich gar nicht nur um Geschäftsessen, sondern vielleicht auch einfach um private, nette Veranstaltungen und Abende im Hause Schlesinger. Ja, wer eben gut fährt, der will nämlich auch gut essen. Aber jetzt mal so ein bisschen die Polemik beiseite gelassen und mal ein bisschen auf das eigentliche und wirklich ernste Thema zu sprechen zu kommen, nämlich Vetternwirtschaft. Das haben wir leider nämlich in Deutschland sehr, sehr, sehr häufig. Ich erinnere nur an diverse Mastendeals und so weiter. Und hier ist es so, dass Patricia Schlesinger auch einen Ehemann hat, und zwar den ehemaligen Spieljournalisten Gerhard Spörl. Und dieser Gerhard Spörl, der ist auch unter anderem ziemlich gut unterwegs als Berater. So hat er zum Beispiel von der Messe Berlin einen Berater-Honorar-Vertrag bekommen über 100.000 Euro. Und das Interessante ist, wie er diesen Vertrag bekommen hat. Nämlich durch Wolf-Dieter Wolf, der nicht nur für die Messe Berlin arbeitet, sondern ganz zufällig auch noch Verwaltungsratschef, na, wer kann es erahnen, des RBB ist. Das bedeutet nichts anderes als, dass Wolf-Dieter Wolf dem Ehemann von Patricia Schlesinger lukrative Berater-Honorar-Verträge verschafft hat. Und die Recherchen sind hier noch am Laufen. Es geht also immer noch weiter. Das dürfte also noch richtig interessant werden. Und ja, dann haben das Ganze auch andere Medien nach und nach aufgeschnappt. Irgendwann zwischen einzelnen Beiträgen über zweiköpfige Schildkröten und so weiter hat auch die ARD dann mal angefangen, über den Rücktritt ihrer Chefin zu berichten. Man kann es kaum glauben. Und insgesamt könnte man jetzt sagen, ob das jetzt die gute Verwendung der Beiträge ist, die in Deutschland man einfach jedes Jahr, jeden Monat zahlen muss. Naja, ich weiß ja nicht so richtig. Allgemein muss man natürlich auch immer, wenn man jetzt die gesamte Landschaft der öffentlich-rechtlichen Medien betrachtet, konstatieren, dass es einfach sehr wenig objektiv ist. Denn ob es jetzt nun einfach um die politische Ideologie der einzelnen Mitarbeiter dort geht, man sieht doch ganz klar in der Berichterstattung, ob es jetzt zum Beispiel diese Gender-Thematiken sind, wo man beispielsweise Sendungen im Bayerischen Rundfunk macht, wo Schüler befragt werden, die sich dann gegen das Gendern aussprechen und dann trotzdem immer wieder mit permanenter penetranten versucht wird, seitens der öffentlich-rechtlichen das Gendern durchzudringen, bis es eben der Allgemeinheit wirklich zum Halse raushängt. Ich meine, wie oft wollen sie noch Studien und Umfragen dazu machen und immer wieder feststellen, dass die meisten Menschen in Deutschland eben das Gendern vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter ablehnen. Und das Ganze geht dann so weit, dass sogar mittlerweile 80 Wissenschaftler den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu auffordern, offiziell von gendergerechter Sprache abzusehen, weil es halt eben nichts bringt, sondern im schlimmsten Fall sogar die gesellschaftliche Spaltung weiter vorantreiben kann. Ja, und ich könnte jetzt natürlich noch ewig so weitermachen und von irgendwelchen Kutschen erzählen, die nachgebaut werden und eine Million Euro kosten für Filme, die dann überhaupt gar nicht wirklich angesehen werden. Oder ob ich mir jetzt irgendwelche retuschierten Bilder beim ZDF anschaue, wo der Dampf, also der Wasserdampf über den Atomkraftwerken richtig schwarz und düster eingefärbt wird danach, um eben einen besonders umweltschädlichen Eindruck dieser Atomkraftwerke zu suggerieren. Also die Beispiele sind wirklich zahlreich und ich finde, man muss hier langsam mal tätig werden, weil der ganze Rat, Verwaltungsrat und Gremium, all diese ganzen Instanzen haben hier offensichtlich versagt und haben eben diese Vetternwirtschaft und so weiter der ARD-Chefin nicht unterbinden können. Und ich meine, eigentlich ist die Lösung doch ganz einfach. Ich meine, was ist denn bei jedem normalen Unternehmen der Fall, wenn sowas passiert? Ja, der CEO und so weiter muss zurücktreten. Aber was passiert denn, wenn man nicht mehr die Bedürfnisse der eigentlichen Kunden erfüllt? Die Kunden kündigen einfach. Bei Netflix, bei Amazon Prime, bei jedem anderen Dienst merkt man das immer wieder. Ja, wenn Netflix einfach Inhalte bietet, die die meisten nicht mehr so stark sehen wollen, dann können sie dort kündigen. Und das Unternehmen muss sich wieder umorientieren, muss sich wieder anpassen am jeweiligen Anspruch und an den jeweiligen Bedürfnissen der Kunden. Und genau diesen Feedback-Loop, genau das gibt es eben bei den öffentlich-rechtlichen Medien nicht, weil sie eben ihr Geld jeden Monat brav bekommen und es vollkommen egal ist, wie und was sie damit dann anstellen. Und nur dadurch kann es eben zu solchen Skandalen meiner Meinung nach kommen. Das heißt, meine Lösung ist hier ganz einfach. Man sollte den Zwang für die Rundfunkgebühren schlicht abschaffen und dadurch einfach eine Gesundheitsschrumpfung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dann beobachten. Ich bin ja auch gar nicht generell gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und an all jene Leute, die sagen, es ist aber wichtig für eine unabhängige Meinungsbildung und so weiter, bla bla bla. Nun ja, dann kannst du ja wunderbar freiwillig dafür weiterzahlen. Hätte es also einen so hohen Mehrwert, dann würde es automatisch eben auch von den vielen 80 oder 90 Millionen Bürgern in Deutschland ja weiterhin nachgefragt werden. In der Wahrheit wäre es wahrscheinlich so, dass viele Beitragszahler wahrscheinlich erst mal nicht zahlen würden. Und dann gäbe es ein automatisches gesundes Korrektiv. Das heißt, dann würden natürlich die Angebote sehr häufig zusammengeschrumpft werden oder gekürzt werden müssen. Und dann würde ja die Allgemeinheit selber wieder so nach und nach merken, ob sie jetzt die einzelnen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vermissen und ob sie wieder mehr unterstützen wollen und freiwillig die Gebühren zahlen. Oder ob sie sagen, hey, so wichtig war das eigentlich gar nicht. Und mittlerweile ist es vielleicht so, dass wir auch sonst unabhängig und insgesamt informativ genug uns einfach eine Meinung bilden können und vielleicht dieses Angebot in der Form gar nicht mehr so brauchen. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es auf jeden Fall eine Frechheit, wie hier teilweise mit den Gebühren der Deutschen umgegangen wird, die hier brav jeden Monat zahlen müssen. Und ich finde eigentlich, das kann man als nichts anderes als eine Riesensauerei bezeichnen. Wenn du das anders siehst, bin ich natürlich auch gerne bereit, deine Meinung hier anzuhören. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Rationale Grüße. Ciao. Ciao.